Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich erkläre dir heute mit vier einfachen Fragen alles, was du zum Thema ABS für deine theoretische Prüfung benötigst. Lass also jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben da und schreib unten in die Kommentare, ob dir das Video geholfen hat. So, wir schauen uns direkt mal die erste Frage an, die wir zum Thema bekommen können. Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem ABS? Dazu habe ich mal folgendes Video für dich konstruiert. Wenn ein Kind auf die Straße rennt und du machst eine Vollbremsung, du merkst, oh, du würdest das Kind wahrscheinlich treffen und versuchst doch noch an dem Kind auszuweichen, dann wird es mit blockierenden Rädern nicht funktionieren. Wenn die Räder sich allerdings immer leicht etwas drehen, dann bleibt die Lenkfähigkeit des Fahrzeugs erhalten. Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert. Haben wir im Video gesehen. Selbst bei starkem Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit erhalten. Das ist sehr wichtig. Das ist richtig. Kurven können wesentlich schneller durchfahren werden. Mit den Kurven hat es absolut nichts zu tun. Das liegt eher an deinem Fahrzeug, wie schnell die Kurve durchfahren werden kann. Aber es hat nichts mit dem ABS zu tun. Was bewirkt ein Antiblockiersystem ABS? Aquaplaning wird verhindert. Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten. Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst. Das ist richtig. Wenn der Reifen blockieren würde, dann würde er ins Rutschen geraten und das ABS soll das verhindern. Die 2 ist auch richtig. Das hatten wir schon bei der Frage gerade eben. Mit Aquaplaning hat das Ganze ja nichts zu tun. Aquaplaning bedeutet, dass sich ein Wasserfilm zwischen dem Reifen und der Fahrbahn bildet. Das heißt, dass der Reifen den Kontakt zur Fahrbahn verliert und du die Kontrolle über dein Fahrzeug verlierst. Und das hat nichts mit dem ABS zu tun. Das ist hier eine Fangfrage. Welche Vorteile bietet eine Antriebsschlupfregelung? Beim Anfahren auf glatter Fahrbahn wird die Gefahr des seitlichen Wegrutschens geringer. Beim Anfahren wird das Durchdrehen der Räder verhindert. Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert. Achtung! Verwechslungsgefahr. Die Antriebsschlupfregelung hat nichts mit dem Antiblockiersystem zu tun. Deswegen ist die letzte Antwortmöglichkeit, es würde das Blockieren der Räder verhindern, schon mal falsch. Nicht ankreuzen. Die Antriebsschlupfregelung soll dafür sorgen, dass beim starken Beschleunigen die Reifen nicht durchdrehen. Denn genau wie beim Blockieren der Reifen würde ein durchdrehender Reifen auch wegrutschen. Deswegen ist die 1 und die 2 bei dieser Aufgabe richtig. Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem ABS? Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist möglich. Das haben wir im Video gesehen. Ein sich drehendes Rad kann auch noch Seitenführungskräfte übertragen. Also sprich, du kannst mit dem Auto noch ausweichen. Beim Bremsen in Kurven wird die Kippgefahr vermindert. Nein, nein, Autos kippen normalerweise nicht um. Das hat nichts mit dem ABS zu tun. Das Durchdrehen der Räder beim Anfahren wird verhindert. Und das macht ja die Antriebsschlupfregelung und nicht das Antiblockiersystem. Vergiss nicht, den Kanal noch kostenlos zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und unter dem Video in den Kommentaren angepinnt, findest du noch alle 1190 Fragen ganz genau von mir erklärt. Im Videokurs, der hat schon sehr, sehr vielen Leuten zum Führerschein verholfen.